Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will nicht an der anstehenden Debatte im Rahmen der republikanischen Vorwahlen teilnehmen. Trump erklärte am Sonntag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, dass die Öffentlichkeit wüsste, wer er sei und was für eine erfolgreiche Präsidentschaft er hatte. Er führte seinen großen Vorsprung in den Meinungsumfragen als Beweis dafür an, dass er bereits vor den Wahlen 2024 bei den Wählern bekannt und beliebt sei. Am Sonntag ergab eine CBS-Umfrage, dass Trump für 62 Prozent der republikanischen Wähler der bevorzugte Kandidat ist, während sein schärfster Rivale, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, auf 16 Prozent kommt. Alle anderen Kandidaten blieben im einstelligen Bereich.